Ich möchte Ihnen gerne unseren Farbwürfel vorstellen. Ein wahres Wunderding, weil in ihm stecken mindestens 100 verschiedene Würfel drin. Wie das? Ja, eigentlich ist es ein einfacher Kunststoffwürfel mit Stoff überzogen, jede Seite in einer anderen Farbe und an jeder Seite ist eine Kunststofftasche angebracht, in die sich etwas hineinstecken lässt. Es kann zum Beispiel auch ein Gegenstand sein. Wir haben hier diese Maus und zum Beispiel könnte die Maus dafür stehen, dass ein Kind die Spiele-Ecke aufräumen soll. Ich kann aber auch hier das Papier nehmen und aus dem Farbwürfel einen gewöhnlichen Würfel machen mit den Zahlen von 1 bis 6, mit dem sich spielen lässt oder eben etwas erwürfeln lässt. Ich kann aber auch eine Postkarte nehmen, hier ein kleiner Eisbär und einen Erzählwürfel aus diesem Würfel machen, dass die Postkarte die Kinder inspiriert, eine kleine Geschichte zu erzählen. Hier habe ich eine sportliche Aufgabe, spring 10 mal in die Höhe und greife nach der Decke. Diese sportlichen Aufträge haben wir als Download beim Farbwürfel im Angebot. Kostet nichts und dort finden Sie auch Bereiche, die Bereiche Yoga und Entspannung und Jigong. Ein weiterer Bereich, eine weitere Möglichkeit, wir haben hier einen gezeichneten Fuchs und man könnte zum Beispiel ein Tierquiz machen. Es wird der Fuchs gewürfelt und die Kinder dürfen alles sagen, was Sie über diesen Fuchs wissen. Ein Rechenwürfel ist natürlich wunderbar, jedes Material ist irgendwie nur für ein bestimmtes Alter geeignet. Hier können Sie jahrelang Rechenaufgaben mit immer schwierigerem Level anbieten. Natürlich super. Hier haben wir nochmal eine Körperübung, Yoga, der Bogen und die Zeichnung zeigt den Kindern, wie das zu machen ist. Und hier ist ein Junge, der eine Pflanze, eine Blume gießt und das kann zum Beispiel dafür stehen, es gibt also in einer Gruppe oder in einer Klasse verschiedene Aufgaben zu erfüllen und wenn der Junge mit der Gießkanne gewürfelt wird, dann heißt das eben, dass der Anton die Blumen gießt. Das Schöne bei dem Würfel ist, dass die Kinder immer mit Spannung dabei sind. Es wird gewürfelt und jeder schaut, was oben liegt. Und was wir gerade hatten, den Arbeitsauftrag mit dem Blumengießen, Sie werden merken, wenn die Kinder diese Arbeitsaufträge würfeln, dann ist da eine ganz große Akzeptanz da. Ich habe das gewürfelt und ich mache das auch. Das ist mein Ding. Das ist ganz anders, als wenn dem Kind der Arbeitsauftrag einfach zugewiesen wird. Also die Kinder kommen automatisch ins Spiel im wörtlichen Sinn und ich denke, ihnen werden mit diesem Farbwürfel noch hunderte andere Ideen einfallen, wie man den Würfel ganz gut im Unterricht oder in der Freizeit verwenden kann und damit einfach mehr Interesse, mehr Lebendigkeit, mehr Spannung reinbringen kann. Schöne bei dem Schöne bei der留言 Abschessende Abschessende Fisch Abschessende Der Schöne bei dem Abschessende Verschessende Bis zum nächsten Mal.